Willkommen in der Smartliste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Schneeketten im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, zieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Quad haben wir der Thule E9095 Schneeketten. Vor allem für schmale Radkästen sind diese Thule Schneeketten ideal. Sie haben ein rautenförmiges Profil und eine 9 mm dicke Kette. Die Thule Schneeketten sind mit einer einzigartigen Mikroregulierung ausgestattet, die für eine optimale Kettenspannung sorgen soll. Ein starker und legierter Spezialstahl dient als Basis für die Schneekette selbst. Dieser entspricht der Uni N10.020. Zusätzlich nützlich sind die offenen Reparaturglieder und die Tatsache, dass diese Schneeketten für eine längere Lebensdauer beidseitig verwendet werden können. Das Fehlen eines Felgenschützes bei den Schneeketten ist jedoch mitunter eine Folge des niedrigen Preises. Zusammen mit den Schneeketten erhalten Sie auch einen nützlichen Koffer, der gleichzeitig als Aufbewahrungsort dient. Die Schneeketten sind mit Reifen der Größen 1,9,5,7,5,1,5 bis 2,3,5,6,0,1,4 kompatibel. Um zu Nummer 4 haben wir der RUD Schneeketten RUD Compact. Die RUD Schneeketten haben quadratische Kettenglieder, die 3 mm dick sind und ein Spiel von 9 mm haben. Diese Schneeketten von RUD sind sowohl mit Vorder- als auch mit Hinterradantrieb kompatibel. Die Montage dieser Kabelkette ist schnell und einfach, da es sich um eine Kabelkette handelt. Außerdem verfügt die Schneekette über einen integrierten Felgenschütz. Eine hohe Verschleißfestigkeit ist ein weiterer Pluspunkt. Die Schneekette bietet aufgrund der schrägen Spurführung auch auf glatten Straßen hervorragende Griffigenschaften. Sie können Schneeketten für eine Vielzahl von Reifengrößen kaufen. Das Modell ist sowohl teurer als vergleichbare Modelle und hinterlässt einen sehr positiven qualitativen Eindruck. Im Lieferumfang ist eine praktische Tasche zur Aufbewahrung enthalten. Auf Play haben wir der Leascars Anfahrhilfe Schneeketten. Vor allem für enge Radkästen sind diese Leascars Schneeketten ideal. Sie haben eine Gliederbritte von 9 mm und sind in einem praktischen Transportbehälter verpackt. Diese Schneeketten, die wie Kabelketten gefertigt sind, sind besonders filigran. Das macht das Anbringen der Schneeketten besonders einfach. Die Kettenglieder sind trotz ihrer feinen Struktur äußerst stabil. Auch in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis schneidet das Modell gut ab. Die preiswerten Schneeketten werden im 2R-Pack geliefert und kosten weniger als 25 Euro. Die Ketten sind mit Reifen der Größen 180 bis 15 bis 2354517 kompatibel. Sie wiegen insgesamt 3 Kilo. Ein Weghandschee und eine Anleitung sind im Lieferumfang enthalten. Andere Schneeketten bieten in diesem Fall allerdings wesentlich mehr Zubehör. Um zu Nummer 2, haben wir der König CB 12104 Schneeketten. Die Kettenglieder dieser König-Schneeketten sind 12 mm dick. Es handelt sich um unglaublich haltbare Schneeketten mit einem manuellen Spannsystem. Beim Spannen ist nur ein einziger Anschlag zum An- und Abkuppeln notwendig. Zusätzlich sind farblich gekennzeichnete Befestigungspunkte vorhanden, die das Anbringen erleichtern. Die Schneekette wird dank der geschlossenen Verkürzungshacken vor dem Verdrehen bewahrt. Die Schneekette wird in verschiedenen Größen angeboten, von CB 1200020 bis CB 12104. Die Schneekette kann gedreht werden, wodurch sich der Abstand verdoppelt. Ein paar Schneeketten ist zusammen mit Handschuhen, einer Anleitung, zusätzlichen Komponenten und einer Antischeuercreme im Lieferumfang. Der Preisunterschied zu anderen Schneeketten macht sich sofort bemerkbar und ist das Ergebnis der außergewöhnlichen Qualität der Ketten. Und schließend Nummer 1 auf unserer Liste haben wir der PWAG Schneeketten 37.017. Ein Beispiel für ein Modell mit einem engmaschigen Netz ist diese Schneekette von PWAG. Das Material hat eine Stärke von 3,2 mm. Ein Vorteil ist die einzigartige PWAG-Servotechnik. Diese regelt die Kettenspannung automatisch. Zahlreiche Reifen zwischen der N105 und N105 und N105 und N106 und N2256014 können mit der Schneekette ausgerüstet werden. Zudem ist die PWAG Schneekette in verschiedenen Größen von RS60 bis RS80 erhältlich. So können Sie beispielsweise die RS69 wählen, wenn Sie Schneeketten für Reifen der Größe 1 9565 R15 wünschen. PWAG Schneeketten sind am besten für Fahrzeuge mit starken Motoren geeignet. Für Automodelle mit Vorderradantrieb sind sie empfehlenswert. Die PWAG Servoratsche ermöglicht ein automatisches Spannen der Kette. Der selbstöffnende Innenverschluss macht auch das Abnehmen der Ketten sehr einfach. Allerdings ist die mitgelieferte Anleitung nur bedingt hilfreich, sodass es in den ersten Monaten manchmal länger dauert als erwartet. Wie immer die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.